In zwei Tagen ist es soweit und die SPÖ Salzburg, die ist auf jeden Fall bereit für den großen Tag, wo hier in Salzburg ein neuer Landtag gewählt wird und ein neuer Landeshauptmann. Walter Steidl, der steht schon bereit, er führt die Partei hier seit 2013. Und auch wenn ihm bewusst ist, dass die glorreichen Zeiten unter Gabi Burgstahler definitiv vorbei sind, damals war ja die SPÖ sogar Regierungspartei, will er trotzdem an die alten Erfolge anknüpfen und glaubt auch fest daran, und bedankt sich hier bei seinen Funktionären und Funktionärinnen mit einem tollen Abschluss-Event in der Panzerhalle. Panzerhalle, das klingt auf den ersten Blick recht martialisch, aber es war auch wirklich ein Ort hier in Salzburg, wo man Panzer gelagert hat, aber doch seit fünf Jahren ist das hier ein beliebtes, schickes Eventzentrum. Und hier hat man eine tolle Party vorbereitet mit Musik und mit gutem Essen und mit ganz besonderen Reden, denn Walter Steidl, der bekommt hier Rückenwind nicht nur von SPÖ-Chef Christian Kern, sondern auch vom Landeshauptmann Kärntens, dem frisch gekürten neuen Landeshauptmann Peter Kaiser, der hier zeigt, dass die SPÖ sehr wohl stark sein kann. In Kärnten ist sie weiterhin schon wieder stärkste Partei geworden, schon wieder stellt die SPÖ in Kärnten den Landeshauptmann. Davon kann man in Salzburg nur träumen. Wilfried Haslauer wird definitiv hier wieder zum Landeskaiser erkoren werden am Sonntag, aber dennoch hat man sich das Ziel gesetzt, hier zumindest Zweiter zu werden vor der FPÖ, vor Marlene Zwarzeck. Ein wirklich ehrgeiziges Ziel und man wird sehen, ob man das mit den politischen Inhalten von Walter Steidl hier erreichen kann. Er setzt auf Bewährtes, auf die bewährten Themen der SPÖ, auf Gesundheit, Soziales, Pflege und leistbares Wohnen. Und er hat einen recht originellen Vorschlag gemacht für die Jugend, die soll nämlich gesünder werden in Zukunft und dazu soll es ein gekochtes, gesundes Mittagessen auf allen Schulen geben. Und dafür will er Gelder zweckwidmen und zwar aus den Dividenden der Salzburg AG und damit dieses Essen, diese Küche für die Jugend zu finanzieren, damit sie sich nicht mehr von Fastfood ernährt. Ja, interessante Themen und wir werden sehen, ob er damit am Sonntag bei den Menschen hier in Salzburg auch punkten kann.